Ring frei! Arena frei! Für die Gladiatoren! Heute Gladiatoren-Schule, Haft Gladiatoria, zwei Produktatoren in die Arena, Friskus gegen Imitios! Und jetzt schießen wir die Abitur, die Frisch-Babrikälein, Komm! Hoop! Hoop! Hau! Komm! 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 So, und sehen Sie auch hier, beide Gladiatoren schenken sich nicht, gar nichts. So, komm, Leute, feuert die beiden Richtung. So, komm, Leute, komm, Leute, komm, Leute, komm, Leute. So, komm, Leute, komm, Leute. So, komm, Leute. So, komm, Leute. So, Leute, beide Paarungen schenken sich nicht. So, komm, Leute. Au, da ist aber auch noch blau. Mediaria Friskus gegen Institutor Mirmec. So, der Lister der Gladiatoren-Schule hier, der von Ars Radiatoria mit diesem Kampf natürlich selbstverständlich mit überpassen. Das soll er dafür sorgen, dass seine Gladiatoren auch... Und der Stich, der war durch. Die Gladiatoren-Schule hier. Die Gladiatoren-Schule hier. Aber auch mit Brückenlagen, ja. Das ist ein guter. Und das ist einfach bei den Brückenlagen. Die Gladiatoren-Schule hier. Die Gladiatoren-Schule hier. Und der war aber eindeutig auf dem Rücken, oder? Schiedsrichter. So, Gladiatoren-Schule hier. Die 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 Gladiatoren-Schule hier. Und der war eindeutig. Da gibt's nichts mehr dran zu ändern. Und der war.